Hallo Freunde, das ist Heimschema, Patra, Beziehungscoach, Beziehungsbüro und nehme ich mal wieder im kleinen Sommerloch mal wieder so eines Themas an, was eigentlich nicht lustig ist, nur für mich ist das so 2023, ich weiß auch nicht, und zwar geht es um die Sängerin Lizzo. Ja, die, ja so ein Star der Body-Positivity-Bewegung ist und auch überhaupt dieser ganzen Selbstliebe-Szene, feministisch und so weiter und so fort. Also bei diesem Lizzo-Skandal geht es um Folgendes, also drei Tänzerinnen, die mit Lizzo auf Tour waren, beschuldigen die Sängerin der sexuellen Belästigung und des Weight-Shamings, also Body-Shamings, also gerade von ihr sozusagen. Ich sage mal vorab gleich, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, wir wissen es nicht, ich will eigentlich auch etwas anderes rausgleichen, aber ich finde es für mich trotzdem so typisch 2023. Also am 1. August 2023, ich verlinke den Artikel ja auch hier drunter von Glamour, reichten drei Tänzerinnen, die zu Dance-Crew von Lizzo's letzter Tour gehörten eine Klage ein, in der sie der About-Them-Time-Sängerin sexuelle Belästigung und Schaffung eines toxischen Arbeitsumfeldes vorwerfen. Als erstes berichtet der TV-Sender in NBC News über die Anklage, dort wurde erläutert, dass die Sängerin laut den Dreiklickerinnen ihre Tänzerinnen dazu gedrängt habe, auf eine Aftershow-Party nackte Darsteller in einem Club in Amsterdam anzufassen, obwohl Davis das sicherlich nicht wollte und sich unwohl dabei fühlt. Es gibt auch Behauptungen über gewichts- und rassistisch motivierte Belästigung, angeblich gab es einen Vorfall, bei dem die Tänzerinnen zu Recht gewiesen wurden, weil sie um die Bezahlung von Ausfallzeiten gebeten hatten. Nur die mehrgewichtigen Women of Color aus der Dance-Crew wurden auf diese Weise mit beleidigenden Kommentaren angesprochen, heißt es in der Klage. Ebenfalls ist die Rede von Kommentaren, die Lizzo und ihrem Team als Body- und Bateshaming ausgelegt werden können. Also dieses Neusprech, ich komme damit nicht klar. Wer versteht das noch? Nur die mehrgewichtigen Women of Color aus der Dance-Crew? Ich meine, ich verstehe immer, was sind Impetus, der dahinter ist, dass man so neue Wörter findet, verstehe ich. Aber ich weiß nicht, was mit der Sprache gerade gemacht wird, gefällt mir überhaupt nicht, sage ich ganz ehrlich. Gut, jetzt wissen wir nicht, ob es stimmt oder nicht. Aber eins würde ich, ich würde das gerne mal benutzen, um eines zu sagen, was ich auch immer wieder sage. Wenn irgendjemand meint, nur weil irgendjemand zu irgendeiner Gruppe gehört, zu irgendeinem Geschlecht oder zu irgendeiner Hautfarbe oder übergewichtig, untergewichtig, mehrgewichtig, spaßgewichtig, wir wissen das nicht, zu irgendeiner vermeintlichen oder realen Minderheit gehört, heißt das nicht, dass der sich nicht toxisch walgen kann. Also das ist ja oft so ein, was immer wieder so manchmal gesagt wird, ja, wenn man zu so einer Gruppe gehört, dann kann man per se nicht irgendwie rassistisch sein oder was weiß ich. Nein, das ist nicht so. Also das ist, und vor allen Dingen, also ich werde schon immer so ein bisschen hellhörig, wenn Leute so besonders viel, ich bin so besonders toll, ich bin besonders woke, ich bin besonders selbstlieber, ich bin besonders dies, das, jenes. Wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, was bei ihr genau der Fall ist, aber macht mich schon immer so ein bisschen skeptisch, sage ich ganz ehrlich, weil das ja auch viel genutzt wird, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Und da muss man es aber auch privat leben, sonst ist es irgendwie, weiß ich nicht, sonst zählt es irgendwie nicht viel. Aber es ist so, diese Welt gerade wird dieser ganze Schein, Schein und Sein, das klafft halt immer mehr auseinander. Und es ist manchmal, ich finde es manchmal echt zum Verzweifeln gerade wirklich dieses, wenn Leute dann zu versuchen, besonders woke und was weiß ich was zu sein. Das sehen wir ja auch ganz vielen Themen gerade, anderen Themen, auch politischen Themen und dann, ja, was weiß ich, dann ist man Klimaaktivist hin und fliegt aber die ganze Zeit mit dem Flugzeug rum, was weiß ich. Also, mir rollen sich immer die Fußgänger hoch. Wie gesagt, wir wissen das nicht, wie es bei ihr ist, aber mir ist immer wieder wichtig zu sagen, man muss wirklich auf jeden Einzelfall gucken. Und wie gesagt, nur weil jemand zu irgendwelchen Gruppen gehört, die vielleicht zu Recht auch besonderen Schutz haben, heißt es nicht, dass nicht diese Menschen nicht auch gleichzeitig auch Täter oder Täterin werden können. Also, das gibt ja keine, niemand ist entschuldigt, nur weil er zu irgendeiner, weiß ich nicht, zu irgendeiner Spezialgruppe gehört. Und was mir dann auch nochmal wieder auffällt, jetzt haben wir ja mittlerweile fast alles durch, was irgendwie jetzt, wie soll ich mal sagen, besonders beachtet wird. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Alter, ne? Alter ist immer noch scheiße irgendwie, ne? Alter ist immer noch, ähm, also ich meine jetzt wirklich jetzt Alter, äh, ja, nicht jetzt meine, mit dem Zwanziger meine ich jetzt gar nicht, aber Alter wird immer noch diskriminiert. Aber gut, da kommen wir vielleicht auch noch hin. Wie gesagt, grundsätzlich finde ich das alles richtig, aber es geht manchmal alles gerade so ein bisschen drüber hinaus. Und wie gesagt, ich finde diese Verhunzung von Sprache auch ganz schlimm für mich. Ich muss immer an 1984 denken, dieses Buch mit diesem Neusprech irgendwie so, das darf man nicht sagen, das darf man nicht sagen, das muss jetzt so und so gesagt werden, das muss gegendert werden. Und ich weiß, das sehen viele anders, das ist auch total in Ordnung. Ich finde es total befremdlich. Und wie gesagt, ich habe immer, mir kommt es immer so vor, als wenn wir uns so um Nebenkriegsschauplätze kümmern irgendwie, ne? Was weiß ich, wie spricht man jetzt irgendwas aus und macht mal ein Sternchen oder ein dies, das, jenes. Aber die wirklichen Probleme, dass unser Land einfach komplett vor die Hunde geht, es geht, unser Land geht komplett vor die Hunde. Wir sind Wirtschaftswachstum, sind wir ganz hinten. Wir haben, das ist jetzt eigentlich nicht mein Kernthema, aber egal. Wir haben teuersten Energiepreise, dreckigsten Strom. Also mich riecht das einfach so auf, ey, die Bahn funktioniert nicht, die Autobahn funktioniert nicht, fliegen tue ich kaum, weiß ich nicht. Es funktioniert eigentlich gar nichts. Verwaltung funktioniert nicht. Ich meine, guck mal, hier in Berlin, das ist wirklich, ich bin oft in Berlin, das ist ein fucking Chaos. Also Hamburg, was weiß ich, München, weiß ich nicht, ob es so alles gleiche ist. Hamburg ist ein bisschen besser, glaube ich, aber auf dem Land ist es auch besser. Es funktioniert nichts, ne? Also das ist, Berlin bin ich ja oft verwildert einfach, wird auch diese, wie diese ganzen Rasenbereiche werden gar nicht mehr gemäht wegen den Insekten. Das sieht einfach nur scheiße aus irgendwie. Also ob Insekten sind oder sowieso nicht, denke ich mal, irgendwie. Und ich habe immer das Gefühl, wir kümmern uns um irgendwelche, um so ein, ja, so ein Gutmenschentum, finde ich auch in der Politik sehr stark gerade. Aber die wirklichen Probleme, ne, dass wir, ähm, wir werden jetzt auch in Rezession rutschen und ich weiß nicht, was da so, dass Zinsen werden immer höher, Leute können, weil die ihre Kredite nicht mehr bezahlen können und die wirklichen Probleme, die werden überhaupt nicht interessiert und ich frage mich immer, warum ist das so? Also ich, also ich verstehe es wirklich nicht. Ich kann es, also ich, mir ist das manchmal so fremd hier, dass ich manchmal denke, ey, ich bin wirklich super gerne in Deutschland. Ich mag es hier total. Manchmal denke ich echt, was macht man hier eigentlich noch, ne? Aber wahrscheinlich ist es in anderen Ländern. Weiß nicht, ob es da wirklich besser ist, aber ich denke manchmal, ey, so, manchmal denke ich echt, dann müssen wir euch echt auswandern. Aber, naja. Gut, heute mal ein bisschen anderes Thema. Was sagt ihr dazu? Wir sehen uns heute wieder und macht die fucking Kurse und bis bald, Leute. Wir sehen uns heute wieder.